Bei dieser Frage werde ich ein bisschen zum Bauern, da muss ich dir die Händchen anlegen, weil das ist ein bisschen grusig. Ja, wir schaffen jetzt auch das noch. Warum legen Hühner Eier? Und meine Katze kriegt junge Kätzchen. Also ich habe auch da wieder ein bisschen recherchiert. Hühner legen Eier als Teil ihres Fortpflanzungszyklus, das Eier seine Art und Weise, wie Hühner ihren Nachkommen erzeugen. Mal eine Scheisse durchschieben, aber eben nicht, weil das wird nachher... Wenn ein Hahn mit einer Henne paart, überträgt er Spermien auf die Henne. Eibildung im Inneren des Körpers der Henne entwickelt sich eine Eizelle. Gut, den Rest erspare ich euch, weil ihr wisst ja alles, was das Ei ist. Jetzt kommt aber noch die Zusatzfrage vom Kätzchen. Katzen, genauso wie viele andere Säugetiere, bekommen Junge als Teil ihres Fortpflanzungszyklus. Hier ist eine vereinfachte Erklärung des Prozesses. Fortpflanzung. Um Kätzchen zu bekommen, muss die Katze mit einem Kater paaren. Während des Paarungsaktes überträgt die Kater Spermien auf die Katze. Also es geht eigentlich wieder ums Gleiche, um Befruchtung.